Hier im Paradies stellt man tatsächlich fest, dass der Mensch wirklich ganz viel Unheil anrichten kann. Wir sind hier im Dschungel und wir sind hier im sogenannten Öko-Tourismus. Es gibt hier am Strand, also auf der Hotelmeile, die hier am Strand liegt und nicht im Dorf, können Sie auch gerne bei Google sich einmal anschauen, es gibt da die sogenannte Hotelzone. Und in dieser Hotelzone gibt es natürlich nur Öko-Hotels. Alles biologisch, alles gut für die Natur. Das Wasser kommt aus den Chenotte, aber es gibt auch zusätzliches Trinkwasser. Alles ist natürlich gebaut aus natürlichen Materialien, mit Materialien aus dem Dschungel. Und die Wasserspülung ist Regenwasser, es wird auch alles wieder aufbereitet und, und, und. Aber genau dieser Öko-Tourismus, dieser Luxus-Öko-Tourismus, wenn ich ihn nenne, weil jetzt ist Hauptsaison. Und es sind wirklich Leute da, die teilweise bis zu 3000 Euro pro Nacht für ein Hotel, für ein Zimmer bezahlen. Ich habe mir die Preise angeguckt, es gibt da einige Hotels, können sich auch wirklich bei einer Buchungsseite im Internet, können sich die Preise anschauen. Das kann kein Normalsterblicher bezahlen. Das sind die Superreichen, die gerade da sind und es ist alles ausgebucht. Und glauben Sie ja nicht, dass diese Superreichen für Ihren Luxus, oder besser gesagt für dieses Geld, auf Ihren Luxus verzichten möchten. Nein, da wird die Bettwäsche täglich gewechselt und gewaschen. Und das gilt auch für die Handtücher. Und da wird auch gefeiert. Da werden die teuersten Champagner und Alkoholiker jetzt für die Feiertage herangekarrt. Und da gibt es keine Elektrizität. Die meisten Hotels haben keine Elektrizität oder nur sehr wenig. Aber man braucht ja alles, denn die Menschen brauchen natürlich eine gut funktionierende Klimaanlage. Und nicht nur eine, sie brauchen eine elektrische Klimaanlage an der Wand und dann noch so ein Teil, was da an der Decke dreht. Sie wollen ja nicht zu kalt oder zu warm haben. Auch gegen die Mücken gibt es elektrische Geräte. Alles elektrisch. Geräte, die dafür sorgen, dass kein Ungeziefer ins Zimmer kommt. Eine einzige Kakerlacke. Ich hatte ja erzählt, am Strand habe ich einen jungen Mann gesehen, der einen wunderschönen Schmetterling mit dem Schuhflatsch kaputtgeschlagen hat. Weil seine Freundin geschrien hatte und sich vor diesem Schmetterling gefürchtet hatte. Das ist Ökotourismus. Im Paradies, mitten in der Natur, im Dschungel. Und dann halt hier wirklich die Natur auf den Kopf stellen. Und wir hören nämlich diese Aggregatoren, da werden Aggregatoren eingesetzt, die hören wir bis hier im Dschungel. Wir sind fünf Kilometer weit weg. Mindestens, ich glaube es sind sogar acht. Five miles, fünf miles, fünf Meilen. Fünf amerikanische Meilen sind wir weg. Und wir hören die Aggregatoren mitten im Dschungel richtig laut. Die Tiere können nicht schlafen. Die Menschen können teilweise auch nicht schlafen. Aber die Tiere, wir zerstören die Umwelt der Tiere. Wir zerstören ihren Lebensraum. Den Lebensraum der Vögel, der Insekten. Auch der Panther, die hier sind. Der Füchse, die sind auch hier. Und der Eichhörnchen. Wir zerstören den Lebensraum. Wir breiten uns immer mehr aus. Wir gehen immer weiter in die Natur. Aber alles natürlich öko. Ich bin verreist. Ich komme aus New York oder aus Los Angeles oder wo auch immer. Oder auch aus Frankfurt oder Berlin. Und ich bin verreist. Klar, natürlich. Aber alles öko. Öko, öko, öko. Öko ist meiner Meinung nach noch schlimmer als normaler Tourismus. Weil er einfach noch mehr Aufwand braucht. Er braucht viel mehr Personal. Wenn ich nämlich in diesem Öko im Luxus, wenn ich im Ökotourismus Luxus haben möchte, braucht er mehr Aufwand. Aber da denke ich doch nicht drüber nach. Zack, da ist es wieder. Das Bewusstsein. Wenn ich Ökotourismus erleben möchte, dann sollte ich wirklich für eine Woche auf all das verzichten. Dann wirklich zurück zur Natur. Ohne Klimaanlage. Ohne 100.000 Bedienstete. Eine Woche in der gleichen Bettwäsche. Was nicht viel ist. Meiner Meinung nach muss das ohne mögliche Probleme möglich sein. Ohne Wäscherei in der Nähe. Und ohne teure Luxusalkoholiker, die eingeflogen werden müssen. Das ist dann Ökotourismus. Ja. Aber das, das fordert ein ganz anderes Bewusstsein. Und ich muss wieder in diesem Video nochmal auf diese Maya-Indianer, auf dieses Maya-Dorf eingehen. Dieses Maya-Dorf, welches das letzte Stückchen einer neu gebauten Straße zum Strand hin blockiert. Diese Straße ist notwendig. Diese Straße wollen alle haben. Alle, die hier irgendwelche Hotels bauen, es werden ganz viele Hotels gebaut. Alle, die hier irgendetwas unternehmen, die wollen, dass diese zweite Straße zum Strand hin geöffnet wird. Aber es geht nicht. Denn da ist ein kleines Maya-Dorf. Und diese Maya-Indianer wollen ihr Land nicht verkaufen. Sie sagen, das Geld interessiert uns nicht. Sie sind voll im Bewusstsein. Sie sind voll im Bewusstsein, dass dieses Paradies, welches sie dort am Strand haben, dass sie das nicht wiederbekommen. Dass kein Geld dieser Erde, keine materiellen Dinge dieser Erde, können ihnen dieses Glücksgefühl, dort zu leben, dieses Gefühl, in diesem Dorf aufzuwachsen, zurückgeben. Kein Geld, keine Materie dieser Erde. Sie interessieren sich nicht für das Geld. Und ja, es gibt viele Menschen, die sagen, die sind dumm. Die sind so dumm, die nehmen nicht einmal das Geld. Die wollen lieber in Armut leben. In Armut leben sie übrigens nicht, aber sie leben einfach. Sie haben auch ein gutes Einkommen, denn sie machen viele Handarbeiten und machen all solche Sachen mit der Hand. Die Frauen abends, statt fernzusehen, sitzen sie vor ihren Häusern oder vor ihren, wir nennen es Hütten, womöglich ist es auch der richtige Ausdruck, aber vor ihren wunderschönen Hütten und machen Handarbeiten. Und verkaufen die. Und auch das für wenig Geld. Aber das ist ja auch relativ, ne? Was für uns wenig ist, ist für sie womöglich viel. Sie verkaufen den wunderbaren Honig. Sie leben gesund, denn sie haben alles im eigenen Garten. Denken sie ja nicht, dass die auch nur ein Gemüse kaufen. Das haben die alles im Garten. Es wird alles selber angepflanzt. Dieses Paradies geben sie natürlich nicht auf. Das nenne ich Bewusstsein. Das nenne ich Lebensqualität. Und die Maya sind übrigens gerade richtig glücklich, richtig froh. Die lachen und freuen sich, weil sie wissen, das ist die große Verbindung. Das ist die große Veränderung. Sie sagen es auch. Alles wird gut. Alles wird ganz wunderbar. Wenn denn diese anderen Menschen, die anderen Menschen, die aus ihrem Bewusstsein raus sind, die in den Hotels wohnen, wenn die denn endlich mal aufwachen. Sie wissen das. Und sie haben super gute Laune. Ich rede viel mit ihnen und es ist unglaublich interessant. Man lernt so viel, was ich natürlich hier in den Videos auch immer versuche weiterzugeben. Und sie wissen, dass die Seelen weiterleben. Das sind ganz alte Weisheiten. Sie leben noch in der Natur und mit der Natur. Wer in der Natur und mit der Natur lebt, der verändert sein Bewusstsein. Es geht nicht darum, online jetzt alle möglichen Sachen zu bestellen, weil ich zu Hause rumsitze. Wir sollten aufwachen und unseren eigenen, freien Willen einsetzen. Und uns überlegen, wozu bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Wir sind hier, um zu teilen, füreinander da zu sein. Auch oder gerade, wenn der andere Dinge macht, die mir nicht gefallen. Teilen, trotzdem teilen, Liebe geben, füreinander da sein. Wie gesagt, es fällt unglaublich schwer, seinem Feind Liebe zu schicken. Aber machen Sie es. Denn nur so wird er verstehen, dass das, was er macht, falsch ist. Nicht mit Strafe. Nicht damit, die Polizei zu rufen oder wen auch immer zu rufen. Die Hilfe von außen. Nein. Sprechen Sie ihn an. Kommunizieren Sie. Auf nette, auf positive Art und Weise. Nicht auf belehrende Art. Und ja, auch ich habe das oft gemerkt, manchmal hat es einfach keinen Sinn. Dann lassen Sie es. Es helfen ein, zwei Sätze. Und wenn Sie merken, das Gegenüber ist gar nicht bereit, dann lassen Sie es. Das Belehren hat keinen Sinn. Aber die Suche nach der Kommunikation. Und es werden immer mehr Menschen, die gerade wach werden. Und die sehen, was los ist. Und das ist unsere Chance. Das Gemeinsame. Unser Bewusstsein wieder aktivieren. Unser Bewusstsein dafür, was unsere Seelen tun müssen hier auf dieser Erde. Denn Sie werden so lange zurückkommen, bis Sie Ihre Aufgabe erfüllt haben. Und ja, und dann werden Sie weiter wandern. Und nicht mehr auf diesem Planeten sein. Aber Sie sind natürlich da. Seelen leben ewig weiter. Auch das übrigens. Unsere arrogante Art zu sagen, wir sind die einzigen im Universum, die leben. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Was glauben Sie, wie viele Planeten mit Seelen bevölkert sind, die womöglich in ganz andere Körper stecken. Aber auch davor wird uns Angst gemacht. Wehe, wenn irgendwelche Seelen in anderen Körpern von anderen Planeten kommen. Oh, davor müssen wir Angst haben. Und ich sage Ihnen jetzt und hier, dafür brauchen wir keine Angst haben. Die Aggression ist auf diesem Planeten. Und auf diesem Planeten ist diese Aggression unsere ganz große Herausforderung. Und daran müssen wir hier arbeiten. Das ist das, was von außen kommt. Denn unsere Seelen sind Licht.